So, dann haben wir hier schon mal den ersten, das ist der kleine Dean, der ist jetzt gerade vier Monate alt, guck mal, ein kleiner süßer, ohne Proppen, der noch ein Zuhause sucht. So, das ist die kleine Dina, das ist die Schwester vom Dean, auch vier Monate alt natürlich, auch noch ein schönes Zuhause. So, und das ist der Danny, das ist der dritte im Bunde. So, das ist der kleine Jace. So, das ist Jolie, die Schwester von dem anderen kleinen Herren. So, das ist die hier vorne, das ist Toffee. Dann kommt hier einmal die Schwester Muffin und dann kommt einmal die Schwester Toffee. Die hai, die hier rein. Ja, wir merken die hier rein. Toll, so schön. Kleine Samba. Und? So, das ist Bonbon. Die ist ein bisschen kamerascheu, aber die sieht uns heute auch das erste Mal an. Ist jetzt drei Monate alt und wird sich auch über ein Zuhause freuen. Das ist ein sehr kleines Loch. Labradorverschnitt. Ganz lieber kleiner Kerl. Neugierig. Verfressen wie ein Labrador sein muss. So, noch zwei Geschwister. Ein Junge. Das ist er. Vicky. Richtig. Und Rachel. Vier Monate alt. So, das ist die kleine Sue. Die ist noch etwas schüchtern. Die ist ganz neu hier. Ne, man sieht auch noch schön aus. So, das ist Elvira. Eine kleine Schönheit. So, das ist der kleine Elvis. Das ist der Sohn von der Elvira. Manchmal nur etwas schüchtern. So, und das ist sein Schwesterchen. Also auch die Tochter von Elvira, die Elli. Die ist ein bisschen dunkler als mein Bruder. So. 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 Jetzt sind wir bei Camila. Das ist hier schon mal die Welpenbeute. Die freut sich gerade über neues Spielzeug. Oder auch nicht. Hallo. So. Schmeiß mal einfach in die Runde. So. Schmeiß mal einfach in die Runde. Ja. Ah. Guck mal. Ah. Guck mal. Und Monika kommt da auf die Runde. Awww. Na, guck mal. Was ist immer noch auf deinem Rückblick?